Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vista Weekly und zwar das ist die Nummer 3, die wir hier haben. Ja, die letzte Woche war jetzt nicht ganz so, wie soll man sagen, so ganz unter Strom wie die Woche davor. Lag zum einen daran, dass natürlich viele noch in den Ferien sind. In Bayern war am Donnerstag ein Feiertag, von daher hat sich die Woche ein bisschen anders gestaltet. Aber es geht spannend voran. Am Montag hatten wir wie immer unsere kleine Sales-Runde, die war diesmal ein bisschen kleiner, haben aber auch trotzdem ein paar Sachen auf den Weg schieben können mit ein paar Bundles, die wir für Microsoft Teams Rooms bauen. Ich hatte die Woche ja auch schon mal einen Post gemacht zu Smart Teams Rooms. Das wird uns sicherlich weiter beschäftigen, denn Meetingräume werden nach wie vor gebraucht. Das sind knapp 15 Prozent aller Meetingräume weltweit, gerade erst mal mit Video ausgerüstet oder Video enabled, wie wir so sagen. Von daher ist da noch viel Potenzial, aber die Leute wollen es immer, immer einfacher haben, nämlich reingehen in den Raum, Knöpfchen drücken und Meeting starten. Und was natürlich mit der KI heute geht, danach eine Meeting-Zusammenfassung haben. Das geht dann mit dem Co-Piloten. Dazu aber sicherlich in den nächsten Monaten noch viel, viel mehr, wenn auch hier bei mir im Home-Studio das Setup fertig ist. Da fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, die kommen, denke ich mal, nächste Wochen. Und dann kann ich hier auch aus Berlin raus einiges mehr zeigen, als aus unseren Büros in Mainz und München. Ja, Dienstag gab es ein paar Abstimmungen mit Microsoft. Microsoft, das ist ja auch regelmäßig ongoing Prozess als Teams-Rooms-Partner, sind wir da mit Microsoft in der Abstimmung, dass wir wissen, was passiert, wann es passiert, was sind die Neuerungen, was ist Veränderungen. Und das ist auch das, was uns im IMCP beschäftigt. Die Vistafone ist jetzt auch Mitglied im IMCP. Ich werde auf der Illuminate im September dann auch daran teilnehmen. Und Microsoft hat natürlich auch, wie immer, nicht nur positive Dinge zu berichten, sondern sie haben auch für uns Partner einige Dinge wieder gekürzt und zurückgenommen, was so ein bisschen ärgerlich in der Planung ist. Aber da werden wir sicherlich nicht stillhalten. Und der IMCP als Vorfeldorganisation wird uns da unterstützen gegenüber Microsoft. Das auch schon dazu. Wie gesagt, Mittwoch hatten wir dann das Meeting im IMCP und ich freue mich, die Vistafone beim IMCP vertreten zu dürfen. Ja, ich war in Anführungszeichen privat mit meiner 4Green auch noch am Mittwoch unterwegs in Leipzig zu einem Thema Security Robotics. Da habe ich auch schon ein paar Posts gesetzt. Das ist aber eine andere Baustelle, wobei es einen Schnittpunkt gibt, denn einige dieser Roboter lassen sich auch mit M365 verknüpfen. Das heißt, die hatten so einen Empfangsroboter, der kann Hand geben und den kann ich natürlich auch dann mit Co-Pilot und Microsoft Teams verbinden. Das heißt, da entstehen im Bereich Kiosk-Modus oder am virtuellen Empfang auch noch viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber das wird sicherlich eher ein Nischenthema sein und kein Massenthema sein. Ja, Freitag war dann ein bisschen ruhiger auch gewesen. Viele hatten einen Brückentag gehabt. Ich habe mich mit Niklas, unserem Head of Sales, ein bisschen ausgetauscht, was wir da machen können jetzt an Workshops und an Proof of Concepts im Bereich Microsoft Teams Rooms. Da sind die ersten Sachen auch schon passiert im Hintergrund. Von daher wird das auch mega spannend. Ja, kurzer Blick noch auf die nächste Woche. Kalender ist auch schon wieder voll, voll, voll. Einige persönliche Treffen mit unserer lieben Linda am Montag und Sebastian ist in Berlin. Da werden wir auch die Köpfe zusammenstecken und viel auf den Weg schieben. Mittwoch gibt es bei EOA 29. Werden wir mal unsere VR-Brillen wieder rausholen. Ja, dann ist für mich auch ein verlängertes Wochenende drin nächste Woche. Aber wie immer, Vista Weekly Nummer 4 wird natürlich nächsten Freitag dann auch wieder aufgenommen. Von daher, das soll es gewesen sein. Heute einen Tag später als gestern die Veröffentlichung. Von daher, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Da, wo noch schönes Wetter ist, genießt die Sonne. Da, wo es Regen ist, schaut, was ihr Schönes mit euch dann vielleicht indoor anstellt. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis spätestens nächste Woche hier bei Vista Weekly.